Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Scrap Mechanics Survival. Hier sind wir wieder. Ja, momentan eigentlich mehr Let's Build sozusagen, nicht Survival großartig. Wie war denn das das letzte Mal? Da haben wir die Couch hier noch koloriert, soviel ich weiß, und den formschönen Schrank hier im Schlafzimmer gebaut, wo ich allerdings die Tür noch lackieren möchte, auf jeden Fall, weil sonst sieht es ein bisschen, ja, so in einem Guss aus. Oder mal schauen, wo ist denn die Kanone? Die ist da. So. Da haben wir ja keinen Spiegel sozusagen, haben keine Spiegel, nur Fläche oder so, ist immer so ein Problem. So, ich mach mal kurz auf hier. Das ist unser Schrank, ja. Die einen Türen sind natürlich länger, das ist klar, weil es in der Mitte ja nur kleine Türen sind, ne, weil es ja eine Doppeltür ist. So, jetzt hab ich eigentlich vor, hier das Türblatt auf jeden Fall zu lackieren. Jetzt schauen wir mal, was wir da für eine Farbe nehmen. Das weiß ich ja da schon wieder nicht mehr, oder immer noch nicht. So viel Farbe haben wir eigentlich auch nicht zur Auswahl. Wir könnten, das ist halt die Frage, ob wir tatsächlich ein ziemlich dunkles Holz nehmen hier. Hier, also so. Ihr könnt jetzt mal hergehen, praktisch hier die Seiten hier so lackieren. Ah, interessant. Er lackiert die Türen nicht, weil das jetzt praktisch nicht zu dem Gitter praktisch gehört. Oder wie soll ich es anders erklären? Ja, dadurch, dass wir Lager gesetzt haben, gehört es praktisch nicht da dazu, ne. Ganz einfach. So, das ist dann schon mal ganz gut. So, lass ich mal da hoch. Dann lackieren wir den Schrank, nämlich komplett so in dem dunklen Ton hier. Naja, das ist so ein bisschen, ich wollte schon sagen, Nussbaumfarben oder so. Dunkle Kirsche, keine Ahnung. So, dann da mal die Rückwand mit einbeziehen hier. Und dann da unten natürlich. Ah, warte mal, ich kann die Fläche mit einbeziehen können. So verspende ich hier wieder Farbe. Also der Korpus praktisch, der wird so. Da seht ihr, da ist denn die Tür, das geht nicht. Wobei ich das fast, äh, den einen Streifen praktisch hier lackieren würde von der Tür. Damit, ja, dann hat man halt so ein bisschen einen Kontrast. Die Stange, da muss ich mal gucken, ob ich die so in der Messingfarbe hinbekomme. Ah, da haben wir keinen, keinen Farbstoff mehr. So, Moment. Ja, der wird wirklich knapp. Da müssen wir gleich bald Blumen holen gehen. Ups. Das soll nicht sein. Warum ist das so? Habe ich da irgendwie... Achso, ja, weil ich... Ne, kann eigentlich nicht sein. Ja, wahrscheinlich habe ich zu weit rausgezogen beim Lackieren hier. So. Und dann noch die Stelle. So. Okay, dann ist der Schrankkorb schon mal lackiert. Kann man den Schalter auch lackieren? Ah, nur den Knopf, okay. Interessant. So, jetzt wäre das halt so, der Schrank, also die Schranktüren wären jetzt ja noch so. Äh, jetzt würde ich aber zur Abgrenzung so ein bisschen, dass man so ein bisschen besser so erkennt, dass da Türen sind, würde ich da noch einen Streifen praktisch jetzt hier so braun lackieren. So. Also, das ist dann sozusagen wie eine Andeutung hier. Okay, ich würde fast... Also, ich würde fast hier das so lassen. Wobei, wir könnten auch hergehen, dass in so einem helleren Ton noch lackieren da außen. Das ist ja fast gleich jetzt hier, ne? Hä? Was ist denn... Ach so, ja. Das sind ja zwei Türen, deswegen hatte ich nicht mit lackiert. Da ist es sozusagen eiche hell oder so. Okay, das Bett selber, das würde ich wieder dunkel lackieren wollen. So. Zack. Ach, das sehe ich jetzt wieder nicht. So. Also, die Matratze in der Farbe gefällt mir tatsächlich so in dem Blauton. Muss ich schon sagen, ich bin ja so ein... Also, meine Lieblingsfarbe ist meistens blau. So. Aufpassen, dass er nicht so viel lackiert. Das ist nämlich so eine Gefahr, ne? So. Das Schränkel selber, das könnten wir jetzt auch lackieren, aber das soll die gleiche Farbe eigentlich haben wie das Bett. Da müssen wir etwas sehr viel Farbe verschwenden. Aber wir machen erst mal das Bett fertig, glaube ich. So. Na, was ist denn mit meiner Stimme los? Heute hat meine Stimme ein Tonproblem. Also. Es hört sich halt komisch an, ja, aber ey. Ja, es ist einfach... Irgendwie ist der Frosch halt mal wieder am Hals, ne? Das hasse ich. So, da geht das hier noch. Und jetzt wird uns gleich wahrscheinlich die Farbe ausgehen. Ich habe da so die Befürchtung. Ja. Ja, genau. Die Farbe ist leer. Aber wir haben noch ein bisschen Farbe, die können wir gerade noch umwandeln. Aber da müssen wir unbedingt, dann können wir nicht keine Pflanzen mehr bauen. Äh, Farbe, 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 wo ist denn das schon wieder? Ich sehe es schon wieder nicht mehr. Oh Mann, das... Da. Einen haben wir noch. Und dann ist Sense im Gelände. Ja, fünf Stück. Also fünf Anwendungen, wenn man es mal so will. Das muss jetzt hinhauen. So. Und so. Und so. Okay. Ja. Ich meine, ihr könnt mir natürlich auch noch so sagen, wie euch das so gefällt. Hier die Farbgebung hier vom Schrank. Vielleicht können wir es auch noch heller machen, die Sache wieder. Aber es ist, wenn es beleuchtet wird, natürlich ist das Licht auch ganz anders. Licht ist ein wichtiger Faktor bei Farbgebung, ne? Wie es beleuchtet wird hier natürlich. Jo. Und hier auf die Stelle, auf die Seite, würde ich jetzt noch so eine Art Sideboard, wenn wir es mal so will, so einen Kleinschrank machen. Da müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen, wegen dem... Ja, da wie hier dem Fensterbrettchen, ne? Ja. Da kann es halt nicht so breit werden. Gut. Oder wir stellen... Wir stellen hier noch eins hin. Oder wir stellen einfach zwei. Wir machen zwei. Das kommt dann hier wieder weg. Die Pflanze habe ich mal nur so pseudomäßig dahingestellt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht sieht es ja schön aus. Ja, aber ich werde einen Schrank hinbauen. Hier unten, also unter dem Fensterbrett hier lohnt eigentlich kein... Da lohnt es nimmer hier jetzt, da noch was zu bauen. Was wir noch machen könnten, wir könnten hier oben Regale noch anbringen, zum Beispiel. Das ist aber vielleicht so. Ungefähr bis... Oder wollen wir es ja zwei breit lassen? Ich weiß nicht. Ja, ich mache es ja drei breit. Schauen wir mal. So, wie lange habe ich das jetzt gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke. Was machst du da drüber auch? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, auf der Seite ist es ein bisschen kürzer. Oder der Raum halt, weil da fehlt ein Block im Prinzip. Aber den Kompromiss geben wir jetzt ein, dass wir jetzt hier deswegen nicht das Ganze länger machen. Ja, es ist leider so. Gut. Dann würde ich sagen, würde man hier das Board bauen. Gut, da haben wir dann wieder so eine Dreier. Das können wir natürlich auch so. Aber dann wirkt es nicht mehr, wenn wir das zu hoch machen. Ich denke, das sollten wir auf die Höhe machen hier. Wobei wir hier auch nur ein Regal machen könnten. Hm, ich weiß noch nicht. Es ist halt wirklich gratis doofer, weil wir hier wegen dem Fensterbrett, ne? Hm. Wir haben hier einfach drei Regalbretter machen oder so. Gut, auf jeden Fall. Wenn wir hier ein Sideboard machen, dann wäre ja hier, ups, sag ich ein Block falsch. Ja, jetzt. Dann wäre hier hinten halt so eine Lücke hier wieder. Weil wegen dem Fensterbrett, ja. So, das müssen wir schon machen. Oh, Holz ist leer. Das Holz ist leer, ja. Und wie ich denn es ein Bücherregal machen kann, habe ich immer noch keine Idee so wirklich, was man da nutzen könnte als Bücher. Ah, das ist schwierig. Ich habe schon belegt, ob ich Teppich dann praktisch so hinmache, als wie so ein Buchrückenkarton wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, so wirklich. Das sieht halt nicht aus, wahrscheinlich. Ah, das ist schwierig. Wenn es halt sowas nicht gibt im Spiel hier, jetzt so wirklich solche Teile oder solche Blöcke hier. Gut, ähm, im Survival hat man halt eh weniger Blöcke schon, wie jetzt hier im Creative Mode. Das sage ich einfach gleich mal so. Ja, also es muss eigentlich schon. Es würde, es würde nix aussehen, wenn wir das jetzt noch tiefer machen, ja. Ah, ja, da habe ich ja gesagt, wollen wir den Block weglassen. So, das war einfach kurz hier Blöcke wechseln. Gut, der wird ja auch hier bis da breit oder bis zur Teppichgrenze. Ne, wisst ihr was? Irgendwie, das, 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 das wäre jetzt so. Also ich kann es ja mal kurz demonstrieren. Das wäre jetzt bis, ah, das war zu viel. Das wäre jetzt bis hierher. Schrank und dann, ja, ne, das gefällt mir nicht. Äh, äh, ich mach das nochmal weg, das, da machen wir nur Regale hin. Weil zu flach ist das Ding ja auch nix. Moment mal. Äh, ups, das will ich nicht weg machen. Ach komm, da will ich weg machen, genau da, wo ich draufstehe. Sozusagen wir den Ast unter den Füßen wegnehmen. Sozusagen wir könnten jetzt hier Regalböden machen. Einfach so. Na, das war nix. Ach, was macht denn der hier? Warum? Manchmal ist das so komisch hier, das Ganze, dass das hier sich nicht so steuern lässt, wie ich das gerne hätte. Ja, hier schon wieder. Sag mal. Ja, da. Ach, das nervt mich jetzt gerade, der Baumodus hier wieder mal. Der nervt mich gerade wieder tierisch. Ja, jetzt geht's. Je nachdem, wie ich dort stehe, da macht das dann irgendwelche komischen Spiränzle, ja. So, warte mal. Das sind jetzt, ja, das ist in Ordnung. Nur, was wir halt hier ins Regal reinstellen, das weiß ich tatsächlich noch nicht. So, Farbe haben wir wahrscheinlich nicht mehr jetzt genügend. Wird man auch alles hier in dem Dunkeln lackieren. Gut, es wird jetzt wieder Fenster draußen, klar. Null Uhr haben wir. Ja. Keine Farbe mehr. Okay. Schön. So, warte mal. Sieht ja auch nachts gut. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es auf YouTube rauskommt von der Helligkeit her. Gut, mein zweiter Bildschirm ist ein bisschen heller. Da sehe ich jetzt eigentlich, dass es hell genug aussieht. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Da, ich habe mal so ein bisschen durch und dann hier die Blümchen eingesammelt. ich höre mal so ein bisschen heller. So, ich höre mal so ein bisschen, dass ich da auch mal so ein bisschen nehmt. Ich höre mal so ein bisschen heller. ein circuit board so gibt mir euer scrap manler das kann ich immer gut brauchen das wird schon wieder langsam heller ihren boden hat mir glaube ich ja nicht im spiel oder die zieren mond ich habe also ich meine ich hätte noch nie gesehen aber ich könnte mich auch täuschen eine sonne gibt es ja war ein mond das ungewöhnlich 2 uhr und das wird schon so hell gut ihr müsst jetzt wissen jetzt wo er hier sommer ist habe ich eben meistens die fenster verdunkelt weil das sonnlicht ja ja so auf dem bildschirm scheinen würde gleich ja dass ich nichts mehr sehe und ja dann ist es wieder anders da wenn man sich das in einem verdunkelten raum anguckt nämlich dann geht es noch eher wenn was dunkel ist von der szene her wie wenn es eben jetzt hell ist was liegt denn da holz kommt das können wir kurz von hand verkloppen da gibt es den bienenhonig hier da gibt es ja nur wachs genau hier gibt es noch mehr flänzlis wir werden noch genug farbe brauchen deswegen der roboter gehört mir war so aber da hinten ist einer bei der ruine da so ich glaube ich habe wieder eine aufgeschreckt ja auch ein circuit board jungs ihr lasst nach ihr könnt mit mir lieber die upgrade parts geben die wären mir viel lieber und im moment gibt es hier überhaupt keine kühe mehr bei mir okay die haben sie alle wahrscheinlich mal wieder geschrottet hier gibt es tatsächlich mehr flänzlis wie ich gedacht habe immer toll okay dann halt nicht ja für die wo es nicht wissen ich habe ja die abgabe der menge größer gestellt dass ich nicht so viele blumen sammeln muss weil das ist ziemlich hinderlich wenn man sich das geschwind braucht und so weiter gehen wir wieder schnell in unsere häusler rein unsere einhausung hier ja gut dass wir da natürlich ein tor haben ja und wie gesagt auf dem dach oben das will ich wahrscheinlich so treppenförmig machen also entweder so oder aber wir bauen unsere fläche bloß das wird das wird auf jeden fall eine herausforderung dass wir praktisch das so machen über den controller und über lager dass wir praktisch das dach praktisch als glatte fläche bauen ansonsten wird es halt mein stil so klick klack klick klack klick klack weil hier gibt es ja keine schrägen flächen sonst ne aber mit dem controller und lager könnte ich praktisch das ihr winkel einstellen bloß oben der abdach abschluss der könnte ein bisschen komisch werden wenn ich jetzt zum beispiel nur 70 grad macht dann habe ich oben den dach fürst ein bisschen eigenartig ich müsste eigentlich beide auf 45 grad einstellen ist aber eigentlich keine normale dach neigung oder naja gut was ist schon normal hier im spiel warte mal aber es wäre halt es wäre einfacher zu bauen wie wenn ich ja alle es linie für linie praktisch zeilenweise aufbauen muss falsche kiste hier geht es weiter moment mal das war alles echtes 50 flänzli moment hat sich die stack größe sich wieder verändert gab es ein upgrade ein update meine ich ich weiß es nicht aber ich meine ich hätte das auf zehn pro pflanze eingestellt oder fünf pro pflanze da muss ich mal wieder eine datei nachgucken ja ja das müsste ich merken wenn die tape bots jetzt wieder mordschaden machen wenn sie da die datei wieder geändert haben weil da merke ich es ja auch immer weil ich die ja immer ein bisschen runter adjustiere weil mir die zu stark sind das ist einfach nur nervig wenn man eigentlich ja immer ach vergesse einfach wenn man einfach nur so ein bisschen was zeigen will was holen will und 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 eigentlich gar nicht so groß kämpfen will mein man kann das ja also weibel gar nicht so arg ernst nehmen jedes best crap mechanic finde ich jetzt mal sorgte man ja mal grundriss oben drauf so doppel boden oder nicht das ist ja die frage habe ich glaube wir machen hier bloß auch in einfachen boden gut wobei wenn ich in einfachen boden nach das wird hier oben mit dem dach boden ja wenn ich hier nun einfachen boden macht dann kann ich da wenn ich dann dach boden ausbau eigentlich nichts verstecken ja gut hier aber sogar eine dreifache wand aber okay weil ja gut warum ist das so ja eigentlich ist ein fehler ja das ist tatsächlich ein fehler so warte mal haben wir jetzt eigentlich alles lackiert ja hammer gut dann will ich den fehler mal kurz beheben hier ich habe keinen platz Mist müssen wir sachen ablegen so die schaltkreise kommen hier rein der scrap wird hier ist ach ist eigentlich wurscht hier ich weiß gerade nicht wo das rumgammelt normalerweise so die knäufe ja die tue ich jetzt auch mal wieder aufräumen die waren wo waren die hier waren sie glaube ich drin ja aber die waren hier so das hier können wir zusammen stecken können wir jetzt auch erstmal ablegen ablegen pflenzlis knippe ja okay da noch ein bisschen holz ich kann auch stacken so mehr farbe okay ja also hier das schränkchen äh das regalchen meine ich ähm und dann bauen wir eigentlich dafür hier denn praktisch diese sideboard schränke hin würde ich sagen ja doch das machen wir so ja da haben wir den platz für hat was war es klappt zu lang 1 2 3 4 5 4 6 das ist ein bisschen zu lang oder weil wir 6 lang bauen hm ich meine von den türchen her dass die aufgehen das ist eh wieder so eine sache ne da müssen wir die türen halt anders bauen aber wir machen es fünf breit glaube ich weil da schlägt ja die tür dann an je nachdem ich weiß jetzt gerade nicht die länge hier auswendig aber ja wir schauen jetzt einfach mal die müssen wir gleich mal ausmessen so wir könnten im prinzip hier immer ein bisschen beschummeln aber es sieht ja nicht aus finde ich so ähm wie viel haben wir jetzt hier 1 2 3 4 5 6 7 also wird es zweitürig im prinzip ist hier dann die abtrennung ja ja machen wir das einmal so hier ähm das machen wir so die tür die würde ich eigentlich wieder gern so machen wie beim schrank also dass die praktisch hier anschlagen so wobei hier unten ja noch so zeigen wir dann der boden rein gehört dann er war dabei scheiß man nicht so zu sagen und nehmen den boden als boden was wir so wollen so das heißt wir machen hier wieder ein paar klätze raus und hier auch ja dann haben wir das nämlich so dann können wir zwei türen hier rein bauen wird mal lager haben wir bloß noch zwei können wir erstmal nur eine tür machen ich lage die immer doppelt weil sonst ist das irgendwie komisch naht so okay jetzt brauchen wir erstmal wieder griffe und und lager gibt mir mal die lager da kann man wieder ein paar nachbarn wird da machen wir noch eine farbe ein bisschen mehr ähm lager wo sind die lager da so eine lage lager das nehmen wir mit ähm ja genau moment die teestücke habe ich weggelegt äh falterschrank da sind wir da düdelt die musik so das werden wir jetzt aber nicht ganz so groß machen bei den schranktüren hier erstmal wieder zurecht das machen wir praktisch bloß so das ist der griff wobei wir da auch was anders machen könnten ne machen wir nicht dann müsste es eigentlich schon drei drei groß sein aber dann haben wir die griffe eigentlich viel zu groß also dann hätten wir beim schrank eigentlich die schon so groß machen müssen ich finde die griffe nämlich so eigentlich ganz okay wir hätten sie natürlich auch durchgehend lang machen können was ich mir auch gedacht hätte praktisch hier kurve gerade stück kurve oder wenn es jetzt eine vierer tür wäre hätten wir zwei kurven aneinander gemacht das wäre auch noch gut gewesen oder schön gewesen wäre ja gut in dem fall ist es halt jetzt nicht anders da schön oder möglich finde ich einfach mal so so und so jawoll die lager waren grün also hat es funktioniert wie ich das möchte ja gut hier hinten da kann ich das schränkler nicht richtig aufmachen eigentlich ist schon eigentlich wieder schlecht ne ja gut in letzter zeit habe ich jetzt bemerkt bei den letzten paar videos gab es da wieder so ein troll hier sozusagen der meint er müsste negativ bewerten ja natürlich auch ohne kommentar oder so ja gut wenn er mir jetzt das angreitet hier von wegen dass die audioqualität scheiße war ja okay aber das weiß ich selber und ich habe darauf hingewiesen da finde ich den kommentar den kommentar den die bewertung ungerechtfertigt das muss ich jetzt einfach mal knallhart sagen das gefällt mir nicht wenn solche leute solche troll zu sehen aber ich mache mir da eigentlich auch nicht groß was draus weil naja jede bewertung ist ist eigentlich okay also also es bietet immer aktionspunkte darauf praktisch ob die jetzt positiv oder negativ ist ja von daher kann er mir damit eigentlich gar nicht schaden ja es ist einfach so wenn er denkt er kann mir damit schaden indem er ja meint jedes mal negativ zu bewerten ja ich sag's nur wie es ist ne ich meine es gibt tatsächlich mal situationen wo immer wirklich sagt äh ja nee das würde ich jetzt gerne mal negativ bewerten beziehungsweise ich verkneife mir dann den negativen bewertungen weil ich sag ja komm jetzt sei nicht so und ja und überhaupt dann schreibe ich halt das einfach hin oder ich schreibe halt gar nichts ich verlasse einfach gleich das video wieder und gut ist ja es gibt halt immer wieder solche trolls die meinen die müssten das tun und ja die wird es immer geben so das versteckt man wieder den controller da unten äh jawoll der muss jetzt eigentlich gar nicht viel können dann machen wir einmal upgrade dann können wir das mal so aber ja äh quatsch das stimmt ja gar nicht wir haben ja vier lager also noch einmal dann ist man nur halb so schnell auf jeden fall so ähm linktool wo ist das linktool da ist das linktool so zack jawoll einstellen ähm eins ist hier warte mal ne moment einmal aufklappen möchte ich dass es ins blaue geht dann stimmt es mit dem oben überein da ist aufklappen auch so und das muss gedreht werden ja so drei und vier machen wir zuerst plus ach da warte mal stopp 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 warte mal ich möchte was versuchen ob das ich weiß nämlich nicht genau so wenn ich einen schalter jetzt hier mache hat mir der so gedreht wenn ich jetzt einen schalter schon verlinke ob das jetzt dann besser ist weil wenn ich jetzt hergehe und mache hier jetzt 90 praktisch hin plus dann ist das gleich offen und erst wenn ich den schalter betätigt ist es zu erst wenn ich hier drauf drücke ist es zu ja das ist natürlich blöd warte mal der ausgangszustand da bin ich wahrscheinlich falsch wenn ich hier sag erstmal 0 und sag hier erstmal 90 weil jedes mal wenn ich mich dann einlog ist praktisch das schon offen so äh ok ne dann macht er nämlich den den schmarrn hier ha das ist doof ja ne wir müssen das dann schon so machen wie bisher weil da klappt das halt gleich wieder zu das ist dann eine ablaufsteuerung hier ja ist mir schon klar gut oder ich müsste nicht praktisch erstmal nein machen jetzt müsste ich das signal irgendwie umkehren erstmal also ne es ist ne es wird nicht funktionieren ne ne das ist das problem wir müssen das anders machen äh quatsch äh quatsch ja da muss man sich halt angewöhnen dass man jedes mal gleich am anfang hier da mal einmal drauf gehen muss damit der schalter hier gesettet ist ne ja ist leider so hm gut da hinten da mach mal plus ich mach mal nur 45 grad oder so pong warum warum halt das jetzt so schnell aufgemacht ja so schnell ist es doch gar nicht eingestellt warte mal mehr gehen mal stück der rück 30 ja gut hier hinten können wir es halt nicht voll aufmachen gut es ist einmal dem geschuldet dass das hier die griffe sind ha leute wisst ihr was wir haben ja hier natürlich tische ne also also wir machen mal an was anderes wir machen mal kurz hier was wir machen mal hier das die klötze raus das das hilft auch nicht viel ne ja genau so möchte ich es mal ah nein jetzt klemm ich fest ja toll ist ist kriege ich mich wieder frei hier hat aber ist das ist doof ja auch ne leute oder warte mal nee das sollte ich nicht machen irgendwo hänge ich das ist das problem jetzt ich möchte jetzt aber nichts weg jetzt habe ich mich befreit glaube ich jetzt habe ich mich befreit glaube ich ich hänge aber immer noch ein bisserl ach komm ah muss ich jetzt tatsächlich den tisch demontieren ach das ist doch doof oh man das ist doch albern und da kann ich mich jetzt irgendwie mit ne mit dem lift kann ich mich auch nicht befreien das ist ja echt albern jetzt grad merke man sollte hier nicht drauf springen ja komm dann machen wir es eben so gut das wollte ich halt nur so machen dass es jetzt tatsächlich wie so regalschränke dann machen wir das ja auch noch auf so dann sehen wir hier dass man da auch schlecht gearbeitet haben von der lackierung her so dann hole ich den nochmal was haben wir für eine farbe drin noch braun jawohl das korrigieren und da drüben müssen wir es eigentlich dann auch so machen ja entschärben können wir das das kostet ja keine patrone dann machen wir das praktisch hier dann ist das sozusagen bisserl mehr platze muss man so wollen jetzt hat er wird dunkel das ist gemein so also 30 grad haben jetzt hier eingestellt dann machen wir hier wieder minus 30 grad könnte man aber wir könnten auch mal probieren wie es mit 35 grad wirkt ja wer das machen wollte shift taste halten und dann einfach ziehen dann habt ihr gradweise ja dann ist es noch mal ein bisschen weiter offen aber es ist nicht so der standort ne aber ja es ist halt jetzt so mehr geht hier halt nicht weil wir daten so dann können wir hier wieder zu bauen also nicht machen wir das einzelne sauber hier nervt so schön dann kommen wir wieder zur lackierung also also so das ganze hier oben das schalter können mit lackieren dann weiß man dass er zum schrank gehört da und da unten da verdammt gut da innen ach moment da innen kann ich gar nicht so gut lackieren jetzt sehe ich grad habe ich mich jetzt schon wieder fest ne habe ich nicht okay dass ich da schon wieder festklemmen so okay das ganze machen wir nach dem gleichen schema wir hatten glaubt die farbe hier gewählt für die türchen so bei den griffen weiß ich noch nicht da könnte man jetzt natürlich auch noch eine farbe machen ja so schaut es schon mal aus ob ich das nachttischlemmel anmachen ach da oben habe ich ja jetzt eine ecke rausgeknappert mist so jetzt muss ich wieder einen farber verschwenden wegen dem ganzen ding hier ja egal wächst ja nach ist ja nachhaltige rohstoffe so dann werde ich damit das zimmer fertig eingerichtet man könnte hier oben tatsächlich noch eine blume drauf stellen oder was will ich das oder will ich das nicht das ist die große preisfrage schaue mal aus wie es ansieht wie es aussieht meine ich wenn wir das so machen und auf der seite genauso ja die muss glaube ich ein stück vor ort die 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 ist auch verdammt naja man kann ja dann bleibt sie weiter hinter an der wand ja ja so da müssen wir mal überlegen was wir da noch drauf legen oder drauf stellen ja dann machen wir das so ja dann sind wir mit dem schlafzimmer eigentlich fertig würde ich sagen ja und wir sind eigentlich auch schon fertig mit der folge ich habe schon wieder überzogen ich habe doch nicht so viel zeit mensch aber naja gut dann soll es euch gegönnt sein ja es wird wahrscheinlich eh die folge wird am mittwoch raus kommen oder so naja dann gibt es halt mal zum mittwoch eine längere folge okay ich sag auf jeden fall vielen dank fürs zuschauen mehr gibt es beim nächsten mal wieder hinterlasst like ein kommentar ein abo damit würde ich sehr zufrieden sein ich sag tschüss bis denne euer lego